Moin Leute was geht ab und zwar bin ich hier heute auf Claims hier auf dem Claims Server von mir natürlich und zwar habe ich heute eine echt gute Nachricht für euch ich persönlich werde nämlich dieses Wochenende 20% auf alle Produkte im Shop veranlassen ihr fragt euch wahrscheinlich wieso gibt es 20% Rabatt und zwar haben wir mit Claims hier was ganz ganz großes geplant etwas was eigentlich würde ich sagen ziemlich teuer ebenfalls ist weshalb wir einfach das Geld momentan benötigen damit wir unseren Server besser gesagt wieder upgraden können oder einfach mal unseren Server wechseln können ja auch für ein besseres Modell da wir mit unserem neuen Projekt unsere CPU kennen nämlich extrem beanspruchen wollen und beanspruchen möchten deswegen würde ich mich freuen wenn ihr vielleicht auch mal ein bisschen Verständnis dafür habt dass ich persönlich bzw. dass wir jetzt momentan ein wenig Geld benötigen damit wir wie gesagt unser Projekt so weit finanzieren können aus diesem Grund kostet jetzt auch jedes Produkt welches normalerweise 10€ gekostet hat 7,99€ und das im Shop im Paypal Shop oder direkt auf dem Teerspeak das spielt eigentlich keine Rolle bald kommt übrigens auch unser Online Shop weshalb ihr könnt einfach nebenbei online eure Produkte kaufen ohne dass ihr dafür irgendwie auf den Teerspeak kommen müsst oder irgendwie nervige Links über Type-Stream oder was annehmen müsst deswegen ist es eigentlich auch schon mal eine ziemlich nice Sache muss ich sagen falls ihr das ganze Bock habt würde ich mich freuen wenn ihr vielleicht einfach mal mitmacht wie gesagt nur dieses Wochenende bis Sonntagabend gibt es 20% Rabatt auf jedes einzelne Produkt in unserem Shop so wo ist denn der Gegner? okay der ist nicht da, nice der scheint wohl zu sein ähm in der Mitte sind noch welche, das heißt ich gehen wir mal kurz in der Mitte ich denke mal ich habe jetzt auch alles wichtige zusammengefasst okay das schieße ich jetzt ab und somit wie gesagt würde ich mich freuen wenn ihr einfach mal vielleicht mitmachen würdet uns in dieser Hinsicht auch unterstützen würdet das würde auch schon mal ein sehr 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 großer Punkt für ClayMC sein damit wir einfach in dieser Hinsicht ähm da auch eventuell ein wenig am Server arbeiten können und nur was richtig fettes bringen können wir haben da auch schon unsere Ideen und wir haben auch schon alles soweit geplant und somit wünsche ich euch trotzdem noch einen angenehmen Mittwoch bis dann Leute haut rein, ciao